Liebe Faninnen und Fans, am 6. Juni 2020 ist es soweit. 20 Jahre Mario Bar, 20 Jahre Bühnenjubiläum. Da müsst ihr unbedingt dabei sein. Wir feiern das auf der Waldbühne mit dem Programm Männer sind Schweine. Frauen aber auch das erste Programm ever, was wir hier gespielt haben. Und ich hoffe, ihr kommt auch, wir haben die geilsten Vorgruppen überhaupt. Also am 6.6.2020, ihr müsst euch beeilen, weil Vorverkauf hat begonnen. Ich freue mich auf euch. Und ihr kommt auch alle. Tate, meine Freunde. Alter, können wir so machen. Alter, können wir so machen.